Ich wollte einfach nur treten, aber jetzt muss ich auch die Person benutzen. Okay, hier ist einer. Au Au! Na komm. So. Ähm, wir benutzen einfach mal die Tür hier, die sich geöffnet hat. Und hier sind Server oder sonstige Rechner. Dann gucken wir, was hier so geht. Oh. Warte mal! Siehst du das Geschütz da hinten? Ja, denkst du es ist eine Falle? Allerdings, sieh dich vor. Na komm, gib mir das Ding. Eher moderne Kunst als Archäologie, zumindest in diesem Zusammenhang. Findest du nicht, das Kügelchen ist ein klitzekleines bisschen zu groß für dich? Sie weiß, was sie tut, Kumpel. Das nenne ich Kunst mit Form und Funktion. Wow, 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 wow. Lara, Lara. Okay. Au. Das tat weh. Geschafft. Bist du schwer verletzt? Halb so schlimm. Aber das mache ich nie wieder. Sie hätten nicht kommen sollen. Das ist mein Reich. Keines ihrer vermoderten Gräber. Erzählen Sie mir von dem Schwert, Takamoto. Was ist damit? Was fasziniert Sie daher so sehr wie es war? Oh, was klingt denn da? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Woah, yes! Hauptsache, ich krieg erstmal ne volle Breitseite in die Fresse. Seitdem sich die Scheißtür öffnet, weil man da auch so viel gemacht hat. Na komm. Hast du Medi-Pack dabei wenigstens, Kollege? Arschloch. Okay, Takamoto ist entkommen. Was heißt? Wir folgen ihm. Na ja, okay. Machen wir ihn hier. Und. What the fuck? Komm schon. Hä? Okay. Wir gehen nach ganz hinten. Let's see. Wow. Der Millimeter mehr jetzt. Na, schießt er. Da sind die immer noch nicht kaputt. Ja. So, und jetzt sein Kollege. Oh, er hat sogar Medi-Pack dabei. Das ist doch mal schön. Ja, du sollst dich festhalten. Steck doch mal die Waffen weg. Ja. Dankeschön. Ist er nach hier gegangen oder war hier auch noch was? Ui. Waffen. Okay. Irgendwie mag ich diese Box da nicht. Wow, das war ein Schatten. Ding. Fahrstuhl fahren. Wo ist die Fahrstuhlmusik? Ach man, Leute. Ihr habt so ein derbes Gebäude und dann nicht mal Fahrstuhlmusik für den Fahrstuhl. Oh. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer. Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Arthusrittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam. Denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben? Nein. Deshalb! Woah. Ähm. Wieso ist er so schnell? Au. 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 Was für dich denn da bitte noch abgestalten? Alter, das ist doch unruhig. Du bist ja am Ende weg. Du bist ja am Ende weg. Du musst in meinen Zeitdachbeckchen natürlich auch glauben. Geil. Na komm schon. Manche sagen, ich bin wegen Medi-Facts, aber das kann kein Problem sein, hier rumzustehen und ihn einfach abzuballern. Alter, das ist das fucking Laufen. Ja, aber ich hab noch einen, hier zu sehen. Ja, geil. Gut, dass ich nicht nachladen musste. Jetzt ist es so gescheitert. Na komm, wer da? Bleib doch stehen, Kollege! Au, au, au! Ja, jetzt liegt das auf einmal da unten. Ach so. Helikopter! Oh! Er ist wirklich der Größte. Aber auch in der Breite groß. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Wow. Ein paar Schattierungen, um die Nachthimmel darzustellen. Die Freude ist ganz meinerseits. Oh, er muss bestimmt ordentlich sprechen. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, wo er brav gewesen ist. Ich hab übrigens CSR-Tent aufgespürt. Witz nach Ghana. Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Tja, schade, dass du die WM verpasst hast. Wow, Zwischensequenzen, eine Kostümauswahl und Objektmodelle. Und... Ja. Joa, gute halbe Stunde. Ist ja in Ordnung. Dafür, dass ich so oft gestorben bin. Aber wir machen gleich mal weiter mit dem nächsten Kapitel. Immer schön im Zweikapitel-Rhythmus. Ja, komm, bleib bei dem Scheißkostüm. Ab nach Ghana, nach Afrika. Joa. Ghana hat sogar verloren gegen Deutschland. Tja. Aber... Na, ich weiß nicht mehr. Sind sie Gruppenzweiter gewesen? Ich glaub schon. Nein, ziemlich. Keine Spur von Rotland. Wissen wir denn schon, was er hier will? Nein, aber da wär noch was. Als ich mir die Karte ansah, meinte... Wissen, dann hätte er wir dort gewesen. Dein Vater hat dort vor deiner Geburt gearbeitet. Das ist nicht ungewöhnlich. Sowas soll's geben. Seit wann ist Afrika so grün? Oh, Mann. Der weite Blick und die Wasserfälle machen meinen... Die zwingen meinen PC ganz schön. Wenn alle Stricker reißen, steig ich ins Postkartengeschäft ein. Tja. Ach, diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf. Aber das reicht nicht. Sie sind nicht von dieser Seite reingekommen? Irgendwelche Ideen? Mal sehen. Ich kann am besten denken, wenn ich klettere. Warum musst du immer klettern? Ich muss nur noch irgendwas finden, wo wir uns hinablassen können. Und drücken sie dabei leer und dann... Wo soll ich denn bitte hinhechten? Achso. Wow, wow, wow. Okay, war kein Hechtsprung, aber cool. Ich hab da gleich schon was gesehen. Aber muss ich da unten überhaupt längst? Jetzt... Steig aus dem Wasser. Ich habe Ghana vermisst. Okay. Das hat nicht so funktioniert. Das wahrscheinlich... Ist das ein Tor oder sowas? Okay, geh weiter zurück. Okay, gehen wir noch weiter zurück. Okay, noch weiter. Okay, es wird irgendwie blockiert, oder? Kann ich an das Seil... Nein. Was ist das hier? Okay. Sieht aus, als müsste ich hier irgendwo hochklettern. Wer hätte das gedacht? So, lass mich raten. Und damit ziehe ich jetzt das Tor hoch, oder was? Aha. Nein, nein, nein. Nicht schwingen, nicht schwingen. Komm.